hi herzlich willkommen heute ist wieder mittwoch und was passiert am mittwoch es gibt das neueste von aj barbecue und team heute gibt es was phänomenales lasst euch das mal auf der zunge vergehen kalbsrollbraten gefüllt mit salsiccia brucola parmesan feigen pfeffersoße dann gibt es dazu einen ganz einen feinen gegrillten selber gemachten rote bete parmesan semmelknödel und gingerotten die zeigen klingelt phänomenal schauen wir mal nach dem intro was daraus wird die woche habe ich post gekriegt und ich muss echt sagen phänomenal habe ich mich tierisch darüber gefreut da hinten könnt ihr das schon sehen der pizza und rotisserie aufsatz für den kugelgrill von der firma muesta einen ganz herzlichen dank geht vom team ag barbecue an euch falls ihr das seht wir haben uns alle tierisch drüber gefreut und das ding wird heute natürlich auf herz und mieren getestet den aufbau habe ich mir gespart weil das habt ihr jetzt schon so oft gesehen wie man das ding zusammenbaut was da drin was da alles dazugehört und deswegen hätte ich gesagt wir fangen jetzt direkt einmal an mit dem rollbraten den müssen wir sie nicht füllen der kommt dann auf diese rotisserie drauf der braten kommt erst einmal auf die seite bevor man füllen wir müssen nämlich logischerweise die füllung erst einmal herrichten bevor es zum füllen geht der jörg ist zum glück wieder daher erinnert euch vielleicht der koch der bei uns mittlerweile im team mit dabei ist der war im urlaub jetzt darf er wieder schneiden ich übergebe mich an ihm mit mir und bin weg ja da ist er ja gibt alles schön dass du wieder da bist dann muss ich nicht mehr selber schneiden für die zutaten schmarrn für die füllung müssen wir nur ein paar zutaten bearbeiten da müssen wir der kräuter seitlingen die karotten schneiden die salsiccia logischerweise auch das macht der jörg in feine streifen mit denen wieder hat unseren kalbsrollbraten füllen außerdem müssen wir noch den pfeffer und den thymian immerser bearbeiten also alles halb so wild der kräuter seitling schauen wir uns jetzt einmal kurz an der kräuter seitling ist ein pilz der heutzutage auf substraten gezüchtet wird wenn wir den in der freien natur jetzt antreffen dann ist es ein sogenannter schmarotzer das heißt er ist nur augenscheinlich oberirdisch der hauptteil sitzt aber unter der erde und sitzt auf den abstirbenden wurzeln von seiner wurz von seiner wurz pflanze das bedeutet also der entzieht den letzten lebenssaft der anderen pflanze um selber groß und stark zu werden der kräuter seitling findet ich ist ja ganz ein feiner pilz mit einem ganzen tollen aroma und ich finde der passt super zu diesem kalb jetzt ist alles geschnitten und jetzt kommt auch endlich das gleich ins spiel jetzt darf ich mich nämlich um die füllung kümmern dieser jörg beherrichtet hat wie gesagt als erstes streichen wir das ganze hier mit diesem feige rosa pfeffer senf süßchen ein das übrigens schon mal wunderbar riecht und da brauchen wir jetzt nicht sparen jetzt kommt die pfeffer thymian mischung ins spiel das ist übrigens wieder der leckere bengal pfeffer den habe ich mir wieder besorgt also ich finde diesen pfeffer echt phänomenal salzen tun wir das ganze und dann geht es auch endlich ans füllen da fange ich jetzt mit den karotten an ganz einfach weil das das härteste gemüse ist die meiste temperatur abbraucht damit weich wird also zuerst kommen die karotten als nächstes gebe ich dann den rucola drauf den möchte ich irgendwo so zwischendrin haben aus dem grund wenn wir angst haben dass er braun wird das macht dem geschmack nichts aber das auge ist ja mit auf den rucola kommen dann die pilze die brauchen es nicht so viel hitze die sind ja schon fast weich also jetzt die pilze zum schluss bevor wir den parmesan drauf machen kommt jetzt die salsicha ins spiel die verteilen auch noch großzügig darauf ein bisschen mehr hätte sein dürfen okay aber macht nichts und nun zu schluss zu guter letzt der parmesan und immer daran denken bei so viel füllung richtig schön festdrücken und jetzt wird es interessant jetzt wenn wir das ganze zusammenrollen da braucht jetzt bei der menge schon vier hände damit es schön wird aber ich bin zuversichtlich dass wir das hinkriegen schaut euch mal dieses kaliber von rollbraten an phänomenal sensationell also ihr seht das ist ein mords mäßiger oschi sind drei kilo fleisch viel weniger dürfte für so eine menge anfüllung auch nicht her nehmen sonst kriegt das nicht mehr geräut ihr habt sehen wir haben jetzt auch schon probleme gekriegt also mehr darf da nicht rein aber das ding wird geil den binden wir jetzt zusammen dann können wir größer starten diese bindetechnik habe ich persönlich mir abgeguckt vom vom spinn barbecue aus franken schaut mal bei dem vorbei der macht geilen scheiß wir nehmen jetzt einfach hier ein faden den haben jetzt einmal rum gewickelt und mit dem knoten fest macht jetzt schaut einmal aufs fleisch der ist jetzt hier befestigt mit einem ganz normalen knoten ok jetzt nehmen wir einen faden gehen da ungefähr bilden eine schlaufe und gehen mit dieser schlaufe da unten rein jetzt ziehen wir uns das dahin wo wir das brauchen und wenn wir jetzt da ziehen ziehen wir dieses stück fest richtig schön fest anliegt und das machen wir jetzt bis wir da hinten sind wenn wir jetzt hinten angekommen sind seht ihr das drehen wir das ganze stück um und fahren einmal hier durch unter jede naja machen wir das erst einmal schneiden wir es ab und fahren wir jetzt unter den einzelnen fäden durch dann drehen wir ihn zurück und verknoten ihn hier vorne und schon ist er eingepackt brauchen wir noch eine dritte hand so leicht kann es sein wie gesagt habe ich mir beim Sven von barbecue aus franken abgeschaut jetzt schmeißen wir den grill an während der auf 180 grad wenn wir ihn vorheizen während der auf temperatur kommt und spannen wir das ganze ding auf unseren protesterie spieß zum aufspießen haben wir jetzt hier diesen monster spieß da fühlen wir das ding jetzt einfach so mittig es geht durch unseren braten kannst du mal dagegen halten schauen dass die fleischklammer greift und setzen die zweite fleischklammer von der anderen seite drauf fest gedreht und fertig sagen wir die kohlen sind durchgelöst wir haben einen kompletten anziehkamin voll mit handelsüblichen briketts die müssen wir da jetzt reinbringen so wenn wir das jetzt mal anschauen die rotiserie läuft so das heißt das fleisch hängt so kommen die kohle spots links und rechts vom fleisch hin und wie gesagt bei 180 grad ungefähr und dann können wir das ding dann nachher grillen wir haben wir können dieses geile stück da drauf spießen schauen wir doch mal jetzt müsst ihr schauen dass ihr den spieß richtig einstellt und dass diese muffli da richtig schön in der aussparung laufen kann im besten fall stellt er jetzt auch noch eine auffangschale unten drunter habe ich nicht gemacht manchmal bin ich halt auch ein wenig blöd aber dann muss ich halt den grill wieder putzen der braten der rollt jetzt da hinter uns auf der rotiserie im kugelgrill bei 180 grad vor sich hin wir wollen auf eine gerntemperatur von ungefähr 60 grad ziehen das ist beim kalbfleisch etwa medium das denke ich das wird super sein wenn es ein bisschen ruhen kann dann sind wir dann zum schluss beim essen bei 62 grad das passt einmal frei wir haben gesagt wir machen ein paar leckere rote beete semmelknödel dazu und das übernimmt jetzt der jörg für uns die müssen wir natürlich vorher kochen später kommen sie dann nochmal auf den grill schaut was wir da alles haben in letzter zeit gibt es recht häufig semmelknödel aber ich stehe einfach voll drauf es ist was richtig geiles so jetzt haben wir hier die scharotten ganz fein gekackt oder vielmehr der jörg das geben wir dann das ganze zeug geben wir dann auf das knödelbrot das ist hart das sind ja alte semmeln die klein geschnitten worden sind deswegen geben wir da auch die lauarme milch drauf dann lassen wir das ganze eine viertelstunde ungefähr ziehen dass das brot wieder weich wird da kann auch ruhig schon der parmesan mit rein und dann ist es soweit dann müssen wir die rote beete hacken macht es wie immer auf einem kunststoffbrett und mit handschuh rote beete färbt tierisch ab das kriegt sie nie mehr raus wir haben jetzt einen richtig schönen topf heißes kochendes salzwasser hier auf dem induktionsfeld also ihr seht macht es das einmal am vortag oder so diese knödel alles kein problem wenn ihr knödel übrig habt schmeißt sie in den scheiben auf den grill rote beete haben wir geschnitten der teig ist jetzt soweit vorbereitet das müssen wir jetzt alles noch zusammenbringen der jörg macht das dann noch ein feines sahne mehrettich zeugs da rein und die eier und dann können wir eigentlich die knödel drehen und kochen vielleicht ist es euch aufgefallen wir haben jetzt keinen pfeffer rein das machen wir aus einem ganz bestimmten grund wir haben ja den meerrettich der ja schon eine gewisse Schörfe mit sich bringt deswegen lassen wir den pfeffer weg und salzen das ganze nur so lassen wir das ganze jetzt 10 maximal 15 minuten ziehen formen und knödel dann schmeißen wir das ganze zeug ins wasser und wir haben wunderbare rote beete semmenknödel übrigens das gibt nicht nur eine schöne farbe sondern auch einen ganz einen feinen geschmack durch diese rote beete das müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren wenn ihr unsere rezepte nachgrillen oder kochen wollt ihr könnt das natürlich auch alles kochen ihr braucht nicht immer am grill stehen dann schaut es einmal auf unserer homepage www.ha-barbecue.de da findet ihr ganz viel von dem was wir auch schon in unsere videos gemacht haben wir haben jetzt die knödel dreht ich meine das haben wir jetzt euch unterschlagen ich meine wie man die knödel dreht das glaube ich das wissen wir alle die kommen jetzt nach und nach hier alle in das kochende salzwasser und da dürfen sie dort etwa 10-15 minuten ziehen dann sind sie erst einmal fertig 60 grad liegen an im braten vielleicht schon 61 nein 60 grad liegen an im braten jetzt holen wir ihn runter jetzt schauen wir uns das traumhafte stück an da ist das schön der ist noch schön saftig wie ihr sehen könnt super wir schneiden uns da jetzt ein paar schöne tranchen runter wir richten den teller schön an und dann zählen wir uns zum fazit wieder eine anmerkung hätte ich noch wir haben ja gesagt wir grillen den Semmelknödel das haben wir die letzte zeit so oft gemacht wir lassen die so wie sie sind grillen die also nicht mehr essen die als normalen Semmelknödel das muss auch super sein was soll ich sagen es ist phänomenal freunde wirklich ich habe gerade schon probiert Hammer jetzt geht es ums wesentliche jetzt geht es ums probieren ich würde mal sagen wir arbeiten uns einmal von den Zwiebeln an über der Knödel zum Fleisch vorwärts ok muss ich sagen brauche ich nicht es ist ok es sind weiche Zwiebeln sie schmecken ein bisschen nach Gin da macht es euch aber besser eine schöne Soße dann nehmt ihr eine feine Barbecue Soße dazu den Knödel habe ich schon probiert mache ich noch Müll verlecker mit diesen Parmesan Flocken was ich überhaupt nicht gedacht hätte ist dass dieser Meerrettich der da drin rauskommt und den merkt man wirklich ganz leicht am Gaumen diese leichte Schärfe ist da die rote Bete Stücke die merkt man die schmeckt man raus der Parmesan schmeckt man raus ein ganz ein toller Knödel und den gibt es das nächste Mal auf jeden Fall auch noch dazu gegrillt weil da ist er mit Sicherheit klar ich tüpfelchen und so den Spruch kennt ihr ja aber jetzt aber jetzt meine Freunde schaut euch mal dieses tolle Teil an der Rucola ist ein bisschen braun worden das macht aber gar nichts wenn ihr das vermeiden wollt dann dort zum vorher blanchieren und kalt abschwecken dann bleibt er grün wieder mal der Wahnsinn das ist eines der besten Stücke das ich in diesem Jahr habe grillen dürfen es ist aber super saftig es schmeckt wunderbar zart nach kalt man hat richtig schön diesen feigen Pfeffersenf hat man im Hintergrund die Salciccia ist da der Rucola ist da die Karotte ist da der Salz das sage ich dann der Pfeffer also es ist wahnsinn phänomenal total einfach denke ich kann jeder nachmachen man braucht bloß einen Rotisserie aufsatz oder eine Rotisserie halt im Gasgriller oder so ich gehe essen es ist eh schon bloß noch lauwarm ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja wisst ihr was zu tun ist wir sehen uns nächste Woche wieder dann wieder am Mittwoch mit einem neuen Rezept euer Andi mit dem Team AJ BBQ der Eigergriller Servus Pirze habe die Erde Ade ich bin pappsatt Freunde es hilft nichts lieber Flo es tut mir in der Seele weh dass du das heute nicht hast miterleben dürfen weil du keine Zeit hattest für uns oder keine Lust gehabt hast auf uns sei es dahingestellt keine Zeit war es ich weiß schon guck mal guck mal all das hättest du haben können das war mega und es war natürlich der erste Einsatz von deiner von dir organisierten Kühltheke bist der Highlight schade dass du nicht da warst mir haben wir viel Spaß gehabt danke dir